Hallihallo, du liebe Waage und herzlich willkommen hier bei mir bei deinem Juni-Reading. Ich freue mich sehr, gleich aber vorab bitte unterstütz meinen Kanal, indem du mir kommentierst und sagst, wo du stehst, was du brauchst oder einfach nur, wie dir das Video gefallen hat, mein Video likest, meine Inhalte teilst und aber auch meinen Kanal abonnierst. Damit hilfst du mir sehr und ich freue mich sehr und ich möchte natürlich auch meine Neugierde, wer das so bei mir ist, stillen, indem ich euch auch ein bisschen kennenlerne. So und jetzt schauen wir aber hier zu dem Reading, zu dir. Was ist so in der Juni-Energie los? Ich habe das Gefühl, im Moment war einiges los, auch im Kollektiv, jetzt nicht nur bei dir, liebe Waage, sondern grundsätzlich gesehen und da geht es jetzt wirklich da ganz stark darum, wieder in den Fluss zu gehen. Und das, was ich hier bei dir sehe, es war jetzt ein bisschen durcheinander, es kann sein, dass die Kamera dazwischen ausgeht, die spinnt gerade ein bisschen. Ich hoffe nicht, ansonsten stelle ich dir dann ein Bild hinein, das einfach dann glatt durchgeht. Also wundere dich nicht, wenn du dann meine Hände nicht mehr gestikulieren siehst. Hier geht es wirklich darum, jetzt etwas wieder in den Fluss zu bringen. Und da stehst du jetzt im Moment in einer Prüfungssituation. Grundsätzlich darfst du dich freuen, etwas Neues, etwas ganz Schönes wartet auf dich. Es geht auch darum, Ängste zu überwinden. Eine wundervolle Überraschung wartet hier auf dich und will hier wirklich in Anspruch genommen werden. Sagen wir es jetzt einfach einmal so. Und mit dem Mond sehen wir hier deine tiefsten Gefühle, deine tiefsten Wünsche, das, was du wirklich, wo du dich hingeben willst, das, was du wirklich empfangen willst, das, wonach deine Seele wirklich ruft, empfange das. Und warum ist es der Mond, warum ist es in Nacht? Geh da wirklich in dich hinein, geh da wirklich in die Ruhe hinein und trau dich, dich selbst hier zu empfangen. Trau dich, dieses wunderschöne Geschenk auch auf dieser Welt zu sein. Ja, genau darum geht es. Das ist jetzt das, was ich gemeint habe. Moment. Ja, ich werde dann ein Foto machen und das einfach reinstellen. So, also dich als Geschenk zu empfangen und gleichzeitig aber auch deine Arme zu öffnen, um endlich Geschenke zu empfangen. Und warum ist dieses Wort endlich drinnen? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist zwar schon viel passiert in deinem Leben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so in der Energie kann ich es gerade nicht greifen. Und das, was hier hinzukommen will, ist, verlasse die gewohnten Kreise und schaue dich nach wahren Gefährten um. Vielleicht hast du wirklich viel gegeben, die ganze Zeit viel gegeben und das, was du eigentlich gesucht hast oder das, was du gebraucht hättest oder das, was du dir gewünschen hättest von ganzem Herzen, hast du vielleicht nicht bekommen und warst jetzt vielleicht in einer Situation, wo du in anderen Momenten vielleicht gar nicht mehr dieses erfüllende Dankbarsein hast mehr fühlen können. In manchen Momenten, nicht in allen. Ja, weil irgendwo so eine Belastung, eine schwere, irgendwie ein Mangel drinnen war. Ja, und zum Teil auch so ein bisschen eine Blockade. Aber das Schöne ist, es geht jetzt raus, weil die Mäuschen fressen diesen Berg halt einfach auf. Und sagen, diese Hürde, diese Herausforderung, die jetzt da war, diesen Shift zu machen, da helfen wir dir. Wir gehen mit dir durch die Katakomben und schauen mit dir, was hat dir da Angst gemacht? Was hat an dir genagt? Was hat dein Energiesystem durcheinander gebracht? Und durch diese Entscheidung, dass du wieder für dich schaust und sagst, Moment, ich habe verdient, ich selbst zu sein. Ich habe verdient, wunderbare Geschenke zu empfangen. Ich habe verdient, angenommen zu sein, wertgeschätzt zu sein, gesehen zu werden. Ja, im Geben und Nehmen, im Fluss zu haben, was auch immer. Ich bin es wert und ich glaube an mich und mein erfülltes Leben. Und mit dem tatsächlich kommt diese Entscheidung und diese Ängste oder diese nagenden Gefilde gehen raus. Was ist das, was hinzuströmt jetzt für dich? Und da haben wir, ja, fürchte dich nicht, es kann sein, dass jetzt vielleicht ein bisschen hochkommt, dass du dich mit einem alten Herzschmerz befasst, beschäftigst, der aber sofort in die Transformation kommt. Oftmals drängen wir Bilder weg oder wollen irgendwas nicht haben oder sagen, nein, das will ich, anstatt dass wir Liebe in das hinein senden. Vom Schamanischen, vom Indianischen ist es so, dass wenn wir Ängste vor etwas haben, wenn wir Bilder sehen, die uns nicht gefallen, wir sie ja quasi jetzt schon bekommen haben, jetzt Liebe hinein senden dürfen, jetzt sagen dürfen, okay, so wollen wir das nicht erleben, sondern anders. Und damit das ganze Bild aufheben, damit etwas Neues geschehen kann. Und genau darum geht es hier auch. Es kommt die Erneuerung und du wirst hier aus einem Konstrukt, das jetzt lange vielleicht um dich herum gewachsen war, liebe Waage, wirst du dich hier jetzt raus entwachsen, quasi entrinnen. Du wirst das einfach sprengen, diese Ketten, sagen wir es einfach mal so, um hier jetzt wirklich in einem wunderschönen Ballast für dich, das ist kein so offen, Natur, Park, mit Engeln, mit Strauß, was ist denn das, ein Pfau, ein weißer Pfau, mit Friedenstauben, mit einem Wasser, mit einem Fluss, Überfluss, was auch immer das für dich ist. Du kommst in den Genuss und lässt jetzt einfach ein altes Konstrukt quasi sein. Lass dich darauf ein, es ist ein Prozess, eine Transformation, die jetzt für dich stattfindet. Weil was geht raus, dieses ewige Suchen, warum sind so Spiegeln, warum war der Fokus vielleicht auch auf diese Arbeit an sich selbst oder an den Spiegeln gerichtet oder immer wieder die Suche nach echter Verbundenheit, nach Harmonie, nach Erfüllung, nach, was ist das für ein Wort jetzt, was ich da spüre, etwas, was dein Herz so richtig berühren will und warm werden lässt, so eine schöne, wirklich wunderschöne Verbindung, um die es geht. Und da war eine Suche drinnen und vielleicht auch der Fokus auf alten Verletzungen unabsichtlich. Ich glaube nämlich nicht, dass dein Fokus falsch gestrickt war, aber ein innerer Anteil. Wir manifestieren ja oft aus unserem Unterbewusstsein oder das meiste aus unserem Unterbewusstsein heraus. Und da war eben noch nicht der Fokus klar umgelegt, weil einfach diese starke Sehnsucht, so wie ich das da war, bekomme, nach so einer unendlich schönen Verbindung. Das muss jetzt nicht unbedingt Partnerschaft sein, kann aber. Nach diesem Angenommensein, dieser Wertschöpfung, sage ich jetzt einfach einmal. Dieses, ich bin angekommen sein, das war noch nichts zur Völle, da kommt aber jetzt, weil dieser Fokus wird klar und das finde ich wunderschön. Wir haben auch hier die Klarheit darüber, dass du bestimmst. Und wenn du dich nach deinen Träumen besinnst, wenn du dieses verborgene Wissen nach oben holst, was willst du wirklich und dich nicht zufrieden gibst mit Dingen, die dir eigentlich gar nicht selbst entsprechen, wo du immer wieder dann nach Klarheit suchst, die Schattenseite hier von dem Fokus quasi, der kämpfende Fokus noch, dass du hier wirklich eintauchen kannst für dich in dieses verborgene Wissen, in diese Fülle. Wunder, wunder, wunderschön. Was ist jetzt im Unterbewussten, was ist da jetzt noch im verborgenen Vater, Hohepriesterin? Und da heißt Licht und Schatten aber auf der Lichtseite mit dem Kind, mit diesem Neuanfang. Mit dem Kind, was durch seine Unschuld, durch seine Reinheit, durch seine Verspieltheit, durch seine Unachtsamkeit, aber jetzt nicht im Negativen, sondern weil es halt nicht die ganze Zeit nachdenken muss, gewinnt, weil es einfach nicht zu vorsichtig ist oder zu viel plant, sondern einfach einmal drauf loslegt und sagt, Hey Welt, ich bin da, ich will jetzt was erleben. Und dieses unschuldige, verspielte Wesen, das darfst du wieder in dir heben, denn du hast jetzt, und das sagt hier die lichtvolle Seite der Hohepriesterin, ganz klar den Schlüssel in der Hand und schaust jetzt an, was dich hier verletzt hat, was dir hier immer wieder vorgegaukelt hat, dass du noch Masken aufziehen musst, dass du dir Gedanken machen musst, dass du wo festhalten musst, was gar nicht richtig für dich ist. Und da gibst du jetzt das Cut rein mit dem Schlüssel, wo du erkennst, was für dich jetzt wirklich fließt, was für dich jetzt wirklich gut ist zum Aufmachen und dir vertrauen. Ja, und der nächste Schritt ist, du darfst dir vertrauen und du darfst auf deine Loyalität und deine Gefühle schauen und nicht darauf warten, dass irgendwas zu dir kommt, von außen jetzt gesehen, wo du jetzt schon weißt, dass, ja, also wir haben ja manchmal die Hoffnung oder die Sehnsucht, aber ein kleiner Teil in uns weiß meistens schon ganz viel früher, dass etwas nicht so ist. Und dem wieder zu vertrauen, ja, und dann auf deinem, auf deinen Wünschen, auf deiner Erfüllung aufzubauen und wirklich zu schauen, okay, was will ich, wenn mich das nicht mehr erhebt, wenn mich das nicht belebt, wenn das nicht so funktioniert, wie ich es haben will, ja, dann das akzeptieren und für dich gehen und nicht die Angst haben und dann etwas aufsetzen, was nicht dir entspricht, sondern dich ganz klar nach deinen Gefühlen, nach deiner inneren, tiefen Sehnsucht, ja, auszurichten, die deiner Seele aber entspricht. Die Sehnsucht nicht in der Sucht nach irgendwas im Außen, sondern das, was du wirklich erleben willst, das, was dir Freude bereitet, das, was dich aufbaut, das, was deinem Fluss entspricht, ja, dass du hier wirklich wieder fließen kannst, weil der Rat der hohen Priesterin ist, hab keine Angst, deine Masken abzulegen. Du wirst dich tatsächlich in ein wunderschönes, gefühlvolles Licht erheben. Vertrau dir, dass dieser Zyklus jetzt beendet ist, ja, du hast dich lang genug vermisst, das reimt sich dann auch, ja, also trau dich hier wirklich wieder, deine Gefühle zu erheben und damit stehst du auch hier im Fluss, gibst dich in die Fülle hin, mit der Eins und der Acht darfst du jetzt in der Vollendung quasi sein und diesen Pfad einfach mal für dich abschließen. Du liebe Waage, dann sage ich großartig, vielleicht sehen wir uns ja dann auch am 28. Juli, da ist wieder der nächste Live-Workshop mit mir, wo wir in Human Design hineinschauen, in psychologische Numerologie und das Ganze dann mit deinem Fluss, mit deinem Strom verbinden, dass du das wieder siehst mit den Gesetzmäßigkeiten, wie kannst du was für dich nutzen, Polarität, weil beides immer vorhanden ist und ich nur den Fokus umlegen muss, ja, welchen Schritt kann ich dann gehen, um wirklich wieder mich in der Erfüllung zu sehen und mich wieder kraftvoller zu sehen. Einfach auch schon einmal bevor du in die Mentorings zu mir hineinhüpfst, wenn dich meine Begleitung interessiert oder einfach nur einmal zum Kennenlernen. Es ist schon ganz viel, was da fließt und ja, ich würde sagen, gönn dir das. Ja, unten in der Infobox alle Daten dazu und auf meiner Webseite natürlich siehst du auch, wie du zu mir kommst und was man alles bei mir so genießt. Dicke Umarmung an dich und jetzt aber eine wunderbare Junireise. Bis dann, baba.